Denn wir erwarten in wenigen Augenblicken hier das grüne Licht für das zweite Rahmenprogramm Herrn des heutigen Tages, der ADAC Junior Cup. Die jungen Helden der Nation, die sind in wenigen Augenblicken dran. Die Young Stars des ADAC werden nun in den nächsten Minuten über insgesamt 15 Runden. Wir können hier am Sachsenring anlässlich des Zinsano-Countries von Deutschland beweisen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.